so wie der Angreifer Erika Harbour Carver du weißt was jetzt entsteht oder Elie Action Elie Action die gibt es keine was Code Action ja hier gibt es epische aber das ist hier 8.3 Wieden das ist das ist ja hier arg so was ich pute den haben die jetzt mit dem Volk ich werde mich opfern ok du fährst ja du sagst bescheid du kannst übrigens mit dem linken Bumper hupen hupst du gerade? ja episch wo lang da 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 ist ein Panzer keine gute Idee ja es wäre keine eine gute Idee in den Panzer reinzufahren wir außer wir flankieren die wir flankieren jetzt sowieso alle erst mal wir werden jetzt außen rumlaufen oh what the fuck gibt es kein Qual oder so? ja ich hole mir jetzt den Hambi hier das war ich was sind das von Teilen? das von Teilen? oh der arme Kerl er muss in unsere Geisteskranken ja spiele mit den Eingestogenen da ist er schon raus ich laufe lieber danke ich habe ich habe ihr redt ja du solltest lieber nach vorne gucken dann geht ihr auf das geschehen jetzt ab WTF WTF warum ist das geworden? weg mit dem Zaun richtig in die Fässer ok ich steck aus Sie haben unsere Spray-Ladung entfernt. Wir müssen wieder rein. What the fuck? Wir haben die Ladung platziert. Lasst keinen mehr ran. Okay, wenn ich jetzt sterbe, hatte das Ganze keinen Zweck. Ich komm gleich. Ladung ist gesetzt. Die Rund ist leicht. Wir haben beide gleichzeitig... Doch, wir haben beide gleichzeitig. Die haben eigentlich keine Chance. Was, die haben unseren Chef oder was? Ja, anscheinend. Ah ja, das hat irgend so ein Typ geschafft. Aber egal, wer hat es jetzt für den Typ? Ich, ich. Aber er ist wieder dort. Hattest du dich? Ja, dich scheiße. Ja, hatte mich. Gut, dann bleibe ich wohl. Ja, scheiße, was ist das? Okay, gut, das war cool. Das war episch. Dankeschön. Hä, was, was denn? Ja, einer hat mich dort reanimiert. Hab ich einen... Ja, Pizza Luigi hat... Nee, Pizza Luigi ist draufgegangen. Aber egal. Wir haben es geschafft. Wir sind angreifend, oder? Eben. Ja, wir haben es geschafft. Warte, ich komme kurz zu dir hinten drauf. So. Mach dich bereit für epische Action. Oh Gott, ich kann nicht mehr nach vorne... Oh doch, ich kann nach vorne schauen. WTF?! Episch! Los! Los! Weg da! Woah! Was soll das das im Panzer?! Ich weiß... Er bockt mich schnell! Ich schau nach dem Panzer... Na gut, immerhin habe ich es versucht. Ich wollte eigentlich an ihm vorbeifahren. Und sage, wir sind schneller. Er ist mitgefahren. Ich will den Handbieter. Es wird es kommen mit den Handbietern. Pizza Luigi war da weg. Wieso bin ich als Beifahrer? Zu wenig Platz. A. Dau-dau-dau-dau-dau-dau-dau-dau-dau-dau-dau-dau-dau-dau-dau-dau-dau-dau-dau-dau! Dankeschön, das ist meine H候dulante. und hat sich einer gekillt er soll ich war nachladen das ist wollte ich grad realisieren naja hoffentlich haben wir wieder einen haben die oder so ne leider nicht, glaubt nicht das wär so geil das hab ich mir auch immer ein Basti vorgestellt ich mein ne Hupe gibt's immerhin, aber naja ich hab's ja irgendwie so ein Scharfschütze zu leveln zu können das sind Feindliche er hat mich gekillt, wie peinlich irgendeiner hat mich gerecht lebst du noch? ja, ich lebe noch ich hab's Lust auf Epische C4 Action weg mit der Tür ok, ich versuch mir jetzt mal A zu schnappen weil A ist unterirdisch wie komm ich da rein? du musst die Tür aufbrechen ich kann sie dir versuchen aufzumachen ich wurde total angeschossen du lebst aber noch, ja? ja, da bin ich oh, what the fuck warst du da nicht grad? weiss nicht, ich hab einen gemessert ok und noch einen gemessert ja, der genau, der hat mich gekillt ich hab jetzt Messer Goldstone bekommen und ich bin sogar Rang abgegradet ich hab einen ausgeschaltet und wir haben die Alpha, äh, die Alpha, what the fuck die Sprengladung gezündet immer besser aber von hinten natürlich wieder aber sie sie entschärft ja, und ich bin tot wie episch du gestorben bist nein, ja gut, das mit dem Fallschirm, das war episch ja mit dem Fallschirm runter ja, toll Ladung ist gesetzt hier um sich.. geh weg da, du scheiss-Sniper ich habe Angst in die Mine reinzufahren Siehst du ihn da oben? Oh, du bist tot. Ein bisschen zu spät. Es waren sogar zwei oben. Bist du in einem Panzer? Ja, ich hab mir einen Panzer von denen geschnappt. Ja, warte. Ah, doch, da bin ich ja. Fuck yeah! Los! Aber wir haben auch Alpha, okay. Was haben wir noch? Wir haben Alpha, d.h. wir können weiter vorrücken. Aha. Die Gegner haben sich auch einen Panzer geschnitten. Da. So. Ein Boot, Mission! Hier holst du. Beide Einsatzpläne sind sicher. Warte! Nooo! Nein! Bah! Ja, ich hätte rausgehen sollen, ich Idiot. Oh, scheiße. Okay, ja, du bist auch tot. Okay, scheiße. Hm. Haben die's? Please? Hm, ich seh nix aus. Boah, wie das Blut gespritzt hat. Tss. Du bist so flink für mich. WTF? Ja, das bin ich. Aha, was? Umwachen! Sorry. Okay, ich auch damit. Hey, was ist yours? Wink für dich, gib dir dick auf! Wink! 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 Ja, du lernst langsam damit umzugehen. Brauchst du Hilfe, Medic oder so? ÄäääääääähäPM Nozin, Moment nicht. Ihr seid so gut, es ist totell. Das $&&&! das ist ein bisschen wie zu der geworfen ist ja ich brauche sie so viel zu dem Thema Timo episch wie du sagst du sagst du sagst du wechseln das wir jetzt hab ich das gesagt? ja ja das ist so ein Team die du hier vorgehst Hilfe bei Kehl ja muss ich doch episch wie einst äh er meint so einerseits ja dahinten ist doch einer genau der danke ja ich hab in deinen Arsch geschossen deswegen hat es so lange gedauert ok ok Gott die Bekannte ist halt nur Assists ja echt Assists Kitten machen einen Arsch danke für Abonation ja unbedingt muss ich jetzt ein bisschen warte wollen Gott ich seh es jetzt schon kommt dass du stirbst ja ich auch ja 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 ich bin vor dass du es aufgeschossen hast ok was jetzt ich weiß nicht ich krieg's grad voll ab B oder A ja 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 ich bin ja ich bin ja ja das ist ja 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 Wir haben unsere Wendung in Scherft! Wir müssen wieder rein! Wo bist du? Wo bist du? Ich hab die Drohne... Oh, ich wurde wieder müde! Ich kann mit Drohnen nichts anfangen, ganz ehrlich. Boah! Du hast echt das Mini-Meister, was noch geht! Fuck! Ich bin bei A und mache scharf! Wir haben die Ladung platziert! Lass kacken wir ran! Halt mich hier in Scherft! Oh, scheiße! Bist du auch zu... Oh, f***! Bist gerade im falschen Moment gestorben! Ja, toll! Und eh jemand, der entschärft meine Ding! Scheiße! Wir haben die Ladung entschärft! Wie viele Spawn-Tickets haben wir überhaupt nur? Oh, das weiß ich nicht! Zu wenig! Oh, ich wurde wieder überlebt! Oh, episch! Oh, noch 42! Oh shit, jetzt bist du so weit hin! Ja, komm, komm schon wieder nach vorne! Oh, ich bin auch tot! Jemand hat mich gemästert! So ein Arsch! Dann mal schnell kurz! Überlebt uns! Überlebt uns! Überlebt! Ganz vorsichtig! Wir haben Splinter Cell! Genau, schön im Gewischen versteckt! Mit nem Medi-Cut! Ich brauche erste Hilfe hier drüben! Na, dann! Geht mir Deckungen! Scheiße, hier ab! Feuer untermach! Wir sind bei kritischem Krähen immerhin! Ja, immerhin. Hab ich auch irgendwo bekommen. Keine Ahnung wo Fuck Bin gleich bei dir, bin gleich bei dir Stronze Ja Much appreciated Kein Problem Oh, ich bin tot Fuck, ich kann nicht Ich lebe im Moment noch, ich bin nicht mehr lange Oh, vier Leute Scheiße Und ich erfülle ich nur ein Zweck, dich wiederzubeleben Was? Ich erfülle im Moment nur ein Zweck und zwar dich wiederzubeleben, was anderes mache ich nicht Im Moment Ja komm, wir müssen jetzt langsam schau von 42 auf 26 Mhm Und kein, und keins der Weining ist zerstört Jetzt mal ausnehmen Fuck, er flüchtet, er flüchtet Ab Sehr schön Hier, du siehst da halt einfach Medi-Kit schmeißen Haha Ja wobei, das ist ne Stelle, in der man auch vorbeikommt Also Das ist gar nicht so groß Ich brauche Medi-Pack Oh Strunzel Oh, wie weit deine Knarre weggeflogen ist Wie weit deine Knarre geflogen ist Echt? Ja, die lag voll weit weg Okay, das ist ein guter Platz Um zu flackieren Um nicht zu treffen Ja, was kann ich mir B holen Komm schon, jetzt müssen wir B irgendwie halten Wir haben gesetzt Jetzt zu A Was geht's denn? Wir haben Knallung entfernt Los Leute, gehen wir Warte, fack, kann ich mal messen, wenn es sein muss Du? Ja, aber sie sind in Schäften Ja Ich weiß gar nur, dass die meisten Die Gegner bei A campen Das war richtig brutal Boah, dankeschön Irgendeiner hat dich wiederbelebt Ja, beim falschen, im falschen Moment Also bist du immer wieder tot, ja Ja, ich bin jetzt bei A hinten bei diesem Booth Das, das, das gewinnen wir nicht mehr Oh, ist einer durch ein Wunder Ja, toll Das Wunder würde ich gern sehen Beide! 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 Ja, komm, wir haben uns ein Duell geliefert mit der Typ und ich, sie sind beide gestorben Oh! 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 Ja, nicht jetzt nachladen, strength! Da, A haben wir gleich Echt? Ja, stimmt Weide! Komm schon Ha! Rückfurt zu B Hubs, oder? Ne, schade, fuck me, dann warst du ein Millimeter. Fuck. Wir haben die Ladung gesetzt. Boah. Beschützt, beschützt, beschützt. Ja, ich bin tot, gerade eben. Fuck, noch ein Spawn-Ticket. Nein. Nein. Fuck. Scheiße. Scheiße. Oh. Stell dir vor, dann läuft Maragony Give You Up. Sofort zum Trollen. Naja.